So, fertig der Hand, haben wir jetzt gebürstet und gemulcht hier in dem Platz. Das sind Lemberger unter der Kapelle und damit haben wir praktisch die Unterstockbearbeitung und die Zwischenzeilen Bearbeitung in eurem Arbeitsschritt nachgebracht. Wir bürsten das Gras runter, dafür brauchen wir keine Herbizid mehr einsetzen und wir möchten auch sagen, dass man da möglichst schonend und vorsichtig umgeht und dass man Arbeitsschritte kombiniert mit der Maschine, vorne, Unterstockbehandlung und hinten am Schlepper, die das Mulchen oder das Mähen vom Gras dann auf einmal nachbringen, dass man nicht so oft durchfahren muss.